So, wenn du noch einmal sowas sagst, Unge, dann warten wir dich. Dann ist mir egal, dann kriegst du einfach den Wort reingedrückt. Oh, hallo! Wenn ich sterbe, Finis nicht. Das ist haram. Bin gleich schon wieder tot, ich seh's schon wieder. Bro, das ist so eine dumme Aufgabe, dieses mit dem Benzin hier, Alter. Wir sind auf dem Mars, Alter, als ob wir Benzin benutzen. What the f***, Mann. Gucken wir kurz. Kam's rein. Ungeheuer, guten Tag, wie sich Leute... Unge, mach da. Ich hab grad... Ich hab grad Chromata getötet, damit der mich nicht verraten kann. Ja, chillig. Nein, Spaß, also. Irgendjemand war in der Cam, der hat gesehen, dass ich grad noch das Lava-Ding... Das war ich. Ich hab dich gesehen und ich hab gesehen, wie du es gefakt hast, Simon. Bullshit, ich hab dich gefakt. Weil die Temperatur der Lava ist nicht... Hör mir einmal zu, Regen, hör mir einmal zu. Es war ein Witz, Simon. Es war ein Witz, bisschen spannend. Ich will's gar nicht hören. Ich hab die Lava-Task gemacht, bin reingelaufen und da lag Chromata tot. Ja, bei der Lava-Task. Nee, nee, also links von der Lava-Task in dem Raum. Ich konnte... Auf der Cam hab ich ihn nicht gesehen, aber ich hab gesehen, dass du da standst, Simon. Das stimmt. Also, können jemand irgendjemanden spotten, der da in der Nähe war, in diesem Raum? Also, Reapers ist grad bei mir unten reingelaufen. Ja, Reapers und Chef waren grad zusammen, sonst hab ich keinen auf Cams gesehen. Ich war da vor mit Chef Schobel in Weapons und da bin ich jetzt grad so. Ja, stimmt. Ich war von Anfang an AFK. Also, ich fand, Fiene hat relativ lange an dem Gaskanister gestanden, deswegen würde ich entweder sagen, die hat's gut gefakt oder die ist Crewmate. Ansonsten kann ich niemanden wirklich ausschließen. Geil, entweder sie ist unschuldig oder nicht. Das ist eine sehr gute Schlussfolgerung. Hat irgendjemand Romatra gesehen zu irgendeinem Zeitpunkt der Map? Nee. Gar nicht. Gibt's noch vor, bevor er gestorben ist, noch bevor ich's gebot wurde? Gibt's irgendwelche anderen Hinweise? Nee. Es ist auch nur Romatra, wenn wir ehrlich sind. Es ist auch nur Romatra. Ja, ich bin kurz gewandet, aber dann hab ich gedacht, ah nee, ich komm wieder raus, weil dann läuft mein Killkopf. So, wenn du noch einmal sowas sagst, Unge, dann worten wir dich. Dann ist mir egal, dann kriegst du einfach den Wort reingedrückt. Ich worte dich gleich. Warum? Okay, mach halt. Ganz ehrlich, Leute, was haltet ihr davon, wenn ich einfach nach Madeira fliege und Simon zu einem MMA-Fight herausfordere? Und ich verliere dann einfach. Boah, Digga, diese Aufgabe ist so nervig hier. Mann, Alter, macht euren Wasserpiff doch selber, Digga. Oh, Junge, dieses Quietschen macht mich aggressiv. Es macht mich aggressiv. Oh, ich hab mich gerade so erschrocken. Können wir uns kurz auf eine Sache einigen? Unge, war eine Kommunikation drin. Genau, das wollte ich auch sagen. Können wir noch kurz jeder sagen, wo er war? Ja, ich wollte gerade sagen, die Wasseraufgabe mit diesem Drehrad ist das Schlimmste, weil es quietscht und es ist so nervig und es dauert. Ja, das juckt jetzt nicht, das juckt jetzt gar nicht. Ja, Micky hat gerade gefragt, wo die Leiche ist. Micky, du müsstest eigentlich wissen, wo die Leiche ist. Oh. Wieso? Oh. Oh. Wo bist du denn gerade? Specimen Room fast. Das ist gelogen. Also, Micky hat gerade... Wieso ist das gelogen? Ja, weil du gerade in Lab, also Chef umgebracht hast und ich bin reingerannt und dann ist Leiche umgefallen, ja. Okay, ich sage euch eine Sache. Wieso? Hä? Ich muss euch kurz eine Sache sagen. Micky, es tut mir leid, es tut mir leid, aber ich vote jetzt Micky, weil Fabo, wenn er ein Impostor ist, macht immer das Gleiche. Er hat sich die ganze Zeit ruhig und stellt sich dumm. Und Fabo wird niemals so früh jemanden beschuldigen, wenn er Crewman ist. Ich bin auch so auch dumm, aber... Das kann nicht mal ein Abschluss, Leute. Das dürfen wir nicht vergessen. Das kann komplett seine Taktik gerade sein, Simon. Ja, aber ich vertraue dir nicht mehr, Micky. Mann, wieso vertraust du mir nicht? Ich habe es gesehen und dann habe ich halt direkt gefordert und Micky hat auch so eine Farbe. Okay, also, ihr könnt mich voten, aber achtet drauf, einfach auf Farbe, die Zone. Ich glaube, das ist... Das ist ein Standardplay, Micky. Das ist so ein Standardplay gerade. Damit hast du es gerade kaputt gemacht. Ich wollte dich nicht voten, aber dieses... Achtet auf den, das ist so ein Standardplay, Bro. Das ist so ein Standardplay, dafür kriegst du den Vote. Es tut mir leid. Ich habe nichts gegen dich, aber da... Ich weiß nicht, war es sonst noch mehr rechts und... Nee, ne? Also, was weiß ich nicht, ist Micky da jetzt nicht... Micky, sag uns jetzt, wer der andere Crewmate, äh, der andere Impostor ist. Sag es jetzt! Micky, sag, komm, verrat ihn, komm. Du gewinnst eh nicht. Micky, sag es. Es ist eh Julian, komm. Nee, Julian hätte mich töten können gerade. Nein, er hätte. Es kam der Vote rein. Soll ich wirklich... Ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht. Das ist Danny, das ist Danny. Okay, es ist zwar der, aber Asi. Es ist zwar der, aber Asi, aber ich sag's dir. Der Impostor ist Reapers. Geil. Reapers, was sagst du dazu? Er lügt. Okay. Ich glaube echt, dass es eine Lüge ist. Ich glaube, er lügt uns. Aber er hat damit bestätigt, dass er es ist. Nein, nein. Das ist schon mal gut, dass er es selbstbestätigt hat. Aber weil er vorhin gelacht hat, hat er sich geraten. Es könnte doch Farbo gewesen sein. Es könnte doch Farbo gewesen sein. Nicht, wenn Micky es jetzt doch nicht gewesen ist. Wisst ihr, was ich meine? Warum? Äh, weil ich hab die letzte Task gemacht. Chef Strobel ist tot. War davor schon. Micky ist auf jeden Fall richtig gewesen. Seid ihr euch sicher, dass Micky... Ja, sonst hätte auch jemand getötet. Ich sag mich nur ganz kurz, weil ich mich backen drückt. Ich glaube, ich hab keine Ahnung an Hinweise. Naja, ich weiß nicht, wie lange es jetzt her ist, so. Aber... Wollte ich gerade sagen. Ja, eben erst mal das, plus wir waren relativ stacked up alle. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir mit Micky die Richtigen hatten. Julian, komm, du bist mir so ein bisschen... Natürlich, hä? Keines Storben, ist niemand gestorben. Ja, das heißt doch nichts. Das ist doch kein Proof. Nur weil Micky bad ist. Ja, aber dann wollten wir doch trotzdem jetzt nicht irgendjemanden... Nein, ich wollte auch nicht... Ich wollte auch nur den Klopf drücken, damit diese Task... Ich sag nur... Denny, wer bist du eigentlich? Du hast einen Kürbis auf dem Kopf, du Paluten-Fanboy. No, 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 front. Ich sage nur, ich gebe nur zu bedenken, es ist nicht 100% Proof, dass Micky der Richtige ist. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Er wäre ausgerastet. Er wäre ausgerastet, wenn wir den so beschuldigt hätten. Ja, true. Der war relativ ruhig, ne? Ja, der war so gestimmt. Maybe Fabo hat ihn vielleicht doch geframed. Vielleicht hat Fabo ihn doch geframed. Fiene, ich habe eine Frage, ich habe eine Frage, Fiene. Wen habe ich gerammt? Also, Fabo für mich, Fabo für mich nicht... Ich habe auch noch eine. Fabo ist doch... Ist doch übers zu... Ja. Fiene live, Fiene live, Fiene live. Ja, es kann nur Fiene sein, die waren so aus dem Lab. Wir sind alle rausgegangen, dann stand eine Leichterfolge für. Fiene, wir haben dich gewoltet, bitte. Und Danny wollten wir als Nächsten. Fiene wollten Danny. Danny wollten wir als Nächsten. Ich habe legit meine... Legit gesagt, du bist schuldig. Du hast legit gesagt, schuldig. Schuldig wegen legit. So, schade. Auf der Map hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir haben keinen Vitals. Wir können nicht checken, wer irgendwo ist. Zehner, ich stoße auf eine Leiche. Okay, Mäuschens. Ich habe Danny gesehen, dass Danny von Cafeteria Richtung Navigation ist und Julian kommt, kam von Cafeteria Richtung Madware. Das heißt, einer von den beiden kann es gewesen sein. Danny ist... Gesehen habe ich Danny und Fiene, dass Fiene die ganze Zeit den Camps war, macht komplett Sinn. Camps waren die ganze Zeit an, kann ich also proven. Danny kann ich ebenso proven. Julian, komm, keine Ahnung, was du gemacht hast. Ich kann Danny aufshaven, da war ein Weapons. Dann Sass jetzt Ruhe, hallo. Ey, warum kann ich nicht mal einfach ausreden, bevor der mit ihr zwischenredet, Digga. Ja, aber auf Revi jetzt auch aufpassen, weil in den letzten Fiene und Unge war immer anzuregen. Scheiße, du achtiger Mann, wieso renken. Ja, Micky und Unge Sass, Alter. Ganz fettes Hass auf Micky und Unge. Ey, es ist legit Fiene. Nein, Fiene. Fiene, ich schwöre dir. Fiene, er ist safe. Fiene, er ist safe. Er ist safe. Nein, Fiene ist es nicht. Wenn ich sterbe, Fiene ist es nicht. Boah, ich bin so, Digga. Ich werde jetzt wieder umgebracht. Ich werde jetzt von Unge und Micky wahrscheinlich umgebracht. Pass auf, ich stelle mich jetzt hier hin. Ich stelle mich jetzt hier hin und Micky wird mich jetzt gleich umbringen. Ich bin super sass. Ach, äh, super sass. Ich habe die beiden gesasst und ich werde dafür jetzt gleich... Danny stirbt jetzt, by the way. Ja. Digga. Ja, Micky, deine erste Runde. Micky, deine erste Runde. Nice, Micky. Ey, wirklich, die zwei Rothaarigen treiben mich hier... Die, Digga, die treiben mich in den Wahnsinn. Ich bin mit den... Die, Digga, ich sollte Sozialstunden dafür bekommen, was ich hier mache. Bro, es muss Danny sein, Alter. Kann ich bestätigen, in Camps habe ich gesehen... Aber Fabo, Romatra, ihr zwei wart ja mit mir in Edmund. Fünf Leute waren mit in Edmund. Stimmt's, Romatra? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Reapers ist. Du standest, Romatra. Ich stand doch in Camps. Ich stand in Camps drinnen und kann tatsächlich bezeugen, dass Danny, Fabo und Julian kaum sich auf einem Fleck befunden haben. Wir standen zusammen da. Das kommt auf jeden Fall hin. Das will ich jetzt an der Stelle erst mal nicht sagen, Danny. Aber es gibt ja immer noch Vents und solche Geschichten, dass jemand weggegelaufen ist. Hä? Warte mal ganz kurz. Weggewendet sein kann. Was ist das für eine dumme Aussage? Alleine in Dallelkirchen. Es gibt ja zwei Imposter. Wieso alleine in Dallelkirchen? Genau. Ja, Junge, ich habe doch die Leiche direkt neben ihm angefangen. Den Sass an Danny... Du musst doch gerade eine Sache sagen. Den Sass an... Ich bin Rosa. Kannst Chef oder... Kannst du nächste Vorrunde Farbe ändern? Den Sass an Danny kann ich nachvollziehen. Ich würde jetzt trotzdem nicht voten, aber es ist ein Hyper-Sass auf Danny, weil er auf jeden Fall bei den beiden da gewesen ist. In Camps. Nein, nein. Nein, ich war in Camps. Aber ich bin super leise bei ihm. Ich bin von oben mit mir runtergegangen. Und da war der an der Tür. Das Licht ist gerade angegangen. Meine Wissen hat sich... Erweiter bei sich. Links, rechts, dauernd schwecklaufen. Danny. Mach rechts laufen. Egal, wie oft ich hier versuche, irgendetwas zu ergehen. Ja, what the fuck? Mit Logik und sowas, Digga. Werner wieder am fixen. Stark, Alter. Als ob die jetzt damit gewinnen. Wir kommen doch nicht jetzt damit durch. Das kann doch nicht sein, dass alle so schlecht sind. Ich dreh hier durch. Ich war zu langsam. Sorry, ich kann nicht so schieben. Danny. Du hast mir verkauft. Danny, ich schaff's doch, Alter. Micky, Micky. Ihr habt einfach... Ihr habt einfach nicht den Reaktor ausgeschafft. Micky, du warst... Du warst... Micky, was hast du gemacht? Digga, wirklich. Also, das ist doch hier... Dieser Rothaar, dieser Red Hat macht mich wahnsinnig, Digga. Dieser Unge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.